So Leute, was geht ab? Mani am Start, Poppy ist auch neben mir und was ich direkt von Anfang an sagen wollte, lasst auf jeden Fall ein Abo da, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, meine Lieben, ich hab hier auch nichts mehr verpasst, aber jetzt mal hier eine Runde Dragon's Mate anpeitschen und dann gucken wir mal, was hier ab geht. Ich hab schon nie Freispiele gehabt an dem Schmutzhaufen. Ich schon einmal. Ja. Äh, Schweinennase. Boah, guck dir die Flatsche an, jetzt war das von vorne gewesen, wenn nicht schlecht gewesen, ne? Boah, jetzt kommt der Pissfeuer hier. 5 bis 55? Okay. Ja, das kann gut sein, das kann aber auch einen Schmorschaden hinterlassen. Ja, nehmt euch mal den ganzen Plümer auf, damit ihr den gesamten, wenn ihr seht, die ganzen. Ich kann ja natürlich auch nur die Fraschstrümer zusammenschneiden. Ich glaub, da sind schon sehr schnell durchgetauscht. Tja, die ersten zwei sind immer schon wichtig, damit der, ähm, damit der überhaupt weitergeht zu den nächsten Walzer. So. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein paar Kleingewinde hier, damit wir überhaupt ein bisschen überleben können. Oder? Dann müsst ihr halt die schmutzige Bande, äh, Drachen hier mal reinfeuern. Boah, guck dir das Bild an, ey. Boah, ich hab mir das von vorne gegeben, alter Schwede. Boah, hat das gebrannt, ey. Guck dir das Bild an, ey. Ja, das ist krass, ne? Wenn die Lady vorne gewesen wäre, dann hätten die im Laden die Licht ausgegangen. Ey, vor allen Dingen, du hast ja vorne nur die Dreckszeichen, ne? Außer das Buch, oder was das da sein soll. Boah, hat ne Batterie, ey. Da sieht man auch Temperatur auf dem Gerät, ne? Ja. Oh, viel. Okay. Krass, das Bild, ey, leckt mich am Hintern, ey. Boah. Das, äh, Munition Wildstar, ey. Guck mal, ne? Krass. Ich hab das gar nicht mitbekommen, weil ich da grad in die Kamera hier unten irgendwie fort am einstellen oder am Fuchteln mache. Du bist doch mit 20 Spielen. Ne, deswegen, ich will mal so ein paar Spiele spielen, weißt du? Nicht, wo ich jetzt immer irgendwie geil drauf bin, sondern einfach mal so überall mal ein bisschen rumfuchteln, weißt du? Immer die gleiche Kacke, die kennt ja auch jeder. Deswegen, meine Lieben. Und? Ne, dann gehen wir mal auf 50-fach. Gucken wir mal, was hier so los ist. Ja, da muss jetzt mal schnell ein Kreuz auf zwei mehr kommen, weißt du? Das ist das Problem. Wenn keine kommen, dann... Komm jetzt. Ne. Oh, schade, hier sind wir 50 Spiele gehabt. Ein dicker vielleicht. Weil die sind immer auch alle so am lauern, ne? Vielleicht auch einfach so filmen wie ich filmen. Ja, weil du bist ja direkt immer so vor der Linse dabei. Weil so kannst du direkt den Arm auch ablegen, weißt du? Legt den einfach hier ab und... Deswegen hab ich auch immer eine ruhige Pranke, weißt du? Ja gut, das ist natürlich dann der Nachteil, ne? Ja, du siehst ja, die sind immer alle so doof am Glotzen, weißt du, wenn du das Handy da genau vorm Tabernakel hältst. Komm doch mal rein, du Schmutz-Kojote. Das geht mal. Jetzt aber. Ne. 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 Ja, das stimmt wohl. Der ist gut. Der zweite Pranke ist eigentlich ganz gut. Der gibt immer nur den ersten hier, der Mistkerl, ne? Keine Hoffnung. Läuft nicht gut. Läuft eigentlich leider zu spät, aber eine Rutsche brennt. Ja, vielleicht kommt der jetzt ja noch drei Kreuze daneben. Eins bin hast du ja noch. Ne, der gibt nicht einmal... Oh, jetzt komm Baby. Komm Baby. Ne. Na doch, ist drin. Was ist das, fünf Spiele, oder was? Ja, fünf. Ja. Aber gut, egal, hauptsache mal drin. So, schauen wir mal, meine Lieben. Rein in die Masse. Er kann aber auch gut ausflippen, wenn er jetzt spielen. Wie viele Spiele? Ja, waren ja jetzt auch nur fünf Dingens, ne? Fünf Hyopies. Schade. Vielleicht gibt der ja nochmal so ein Back-to-Back-Ding, weil er nichts gezahlt hat. Das habe ich oft genug gehabt in dem Spiel, lass mich nicht täuschen. Ja, viele Spiele und dann von 1 Euro 50 Cent einmal. Und dann kommt ein richtiger Bock mehr. Also 14, 15 Mal, kann dann hier so ein richtiger Bock reinkommen. Wo, bei Key? Bei Key? Ja, 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 ja. Gibt ja echt ohne Ende tote Läufe, also ohne Ende tote Features und dann nochmal bumm. Da kommt ja so Apparate ein. Oft genug erlebt. Aber guck mal, das ist wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Du kriegst ja wenigstens Spielen nach Spielen, weißt du? Dann macht das ja auch Puck. So. Aber du musst ja jetzt schon laufen wie hier so. Du musst ja regelmäßig die Gemüte auch ankommen. Ja, vielleicht fängt der jetzt mal an da. Wie, schon wieder vorbei? Ja, schon lange. War eine Nullrunde. Hä? Ja, jetzt in der ersten oder dritten Walze bei dir, ne? Mit der da vielleicht noch eine Kackstulle, oder? Ein Querschläger? Ja, der hat immer einen Querschläger. Nein. Nein. Also ich glaub, hier wär immer nicht reich bei dem Spiel, meine Lieben. Nein. Jetzt hat er damals angetestet auf 10 Cent, wo er nur rauskommt. Das kann gut sein. Ich hab das schon gesehen. Nein, ich weiß nicht, ob er gedreht hat. Ich kann mal nicht in die Future saugen. So gut wie immer, dass du vorne den ersten Hiopai stehen und danach kackt der sich hier in die Hose. So bis 30, dann machen wir mal Spielwechsel, meine Lieben. Schade eben, glaub ich, war die große Chance gewesen mit den ganzen Ways da. Ja, hast du ja gesehen, komplette Bildschirm voll Wilds, außer vorne Dreck. Vorne auch Wilds gewesen, wer hätte, glaubst du, geknallt. Ja, doch, klar, steht er damals noch. Jetzt? Nee. Und komm weiter. Ach Mann, scheiß doch nicht jedes Mal ab, du Affe. Ja, ja. Tja, gucken wir mal rein hier. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee. 4,50 Euro, ey, mein Gott, ist das schwach, ey. Ganz schwacher Aufstand ist das hier. Ja. Und? Nee. Leider nicht. Nee. Nee, Leute, ich muss das Spiel wechseln. Du musst das Spiel wechseln, oder? Ja, ich muss das Spiel wechseln. Ich glaube, irgendwie Burning Heat macht einen klar jetzt. Kann natürlich auch nur... wieder eine gute Einbildung von mir sehen, aber... Aber ich habe ja auch schon mal öfters Recht gehabt, so weißt du, von daher... muss ich das doch dann auch einfach mal versuchen, wenn mein Gefühl sagt, komm, spring da mal rein wie ein Aasgeier. Okay. Okay. Komm. Ach, schade. Jetzt kommt der Mistköter, einen später. Na ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir ja mal rein hier in den verbrannten Köter, in den guten Lavalauf hier. Ja. Du spielst jetzt auf einmal Spiele, die du eigentlich nie gespielt hast, ne? Ja, ich zocke jetzt mal so, die ich selten gezockt habe, ne? Manche gar nicht. Das hier habe ich selten gezockt, obwohl das ist ein gutes Spiel, ne? Problem ist halt nur, wenn du jetzt zum Beispiel die drei Wilds kriegst und der haut die direkt in der ersten Runde kaputt. Am besten ist natürlich, wenn die ganz hinten kommen, damit der direkt auf sechs verdoppelt. Okay. Ja. Gefühl war da. Aber musste ich jetzt erst noch bestätigen, meine Lieben. Zehnerchen noch. Von oben, Mann. Ab, klar. Ich sag ja, am besten jetzt hinten bleiben, ne? Mhm. Oh. Da haben wir jetzt schon sechs. Wenn ihr die gut stellt, können sogar Wildline sein. Ne. Oh, guck dir das an, ey. Ist das ein Kackeimer, ey. Ja, zwei bleiben überhaupt. Trotzdem ekelhaft. Dreckiges Bild, unten Chance, da ist Chance. Vier, zwei bleiben wieder. Jetzt haut der, glaube ich, kaputt. Ne, bleiben wieder zwei stehen. Müssen nicht mal vier dann bleiben? Hm? Müssen nicht mal vier dann bleiben, oder was? Nein, die Döne. Einer muss mindestens bleiben, sonst ist das Spiel aus. Er darf nicht connecten. Ach so. Jetzt vorbei. Jetzt ist leider vorbei. Schade. Oh. Die Chance war gerade da, ey. Mit den ganzen, ähm, Dingens da, Mann. Waren einige Wilds dabei gewesen. Ich hab schlimme Spiele, sagen wir mal so. Ich sag mal so, das Spiel ist nicht schlecht, Mann. Ich hab dann auch mal auf 10 Cent mal versucht, eben so anzugasen, aber... Ich hab da eigentlich wenig Erfolg gehabt mit, wenn wir sie sagen. Ja, ich sag mal so, ihr könnt schon ein paar Brocken kriegen. Ja. Ist ja dann im Endeffekt so wie Jokers Cap und so'n Scheiß, weißt du? Stellt dann halt nur die Wilds dann da parat. Tja, kommen wir mal gerade hier. Gucken wir mal auf 60. Könnte durchaus sein, dass da jetzt noch ein Nachfolger rein marschiert. Nein, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Genauso wie Bullies. Die seh ich auch so gut wie gar nicht mehr. Balli-Wulf-Geräte. Da gibt es neue Sachen, die habe ich gesehen. Ja, gezockt habe ich die auch. Komm, hol mal rein jetzt in die Schmutztüte. Leute, bei 40 mach ich den Part mal zu, weil da muss man mal kurz pissen gehen und dann geht es im nächsten Part weiter, meine Lieben. Maut rein, Mann.